hallo begrüße ich euch wieder zu einem video mit mir ich bin heute allein unterwegs daniel und pino können heute nicht ich bin wieder auf einem römer acker oder römer hört sich immer so blöd an ja auf jeden fall auf einem acker wo mal römische besiedlung ein haus nötte hoch oder irgendwas gestanden hat damals mal so und versuche heute mein glück mal wieder ein paar schöne sachen zu finden aber der acker so wie ich sehe der ist erst gegrubbert worden der boden ist noch ziemlich locker dadurch werde ich bestimmt probleme haben ja ein paar gute funde zu machen weil ich denke mir mal vor dem einsehen waren schon leute drauf und dann ist es ziemlich schwierig zu finden ja vorab einen gruß an meinen sponsor hallo jochen von www.abenteuer-schatzsuche.de ja jochen für die die vielleicht jetzt erst meine videos sehen das ist der generalimporteur in deutschland und in der schweiz glaube ich österreich für xp detektoren ja und da ich ja mit einem xp deos 2 unterwegs bin denn ich auch von abenteuer-schatzsuche.de gesponsert bekommen habe ja nutze ich den auch ja vorab auch noch mal ein gruß an alle youtube fans von mir ja das video wird diesmal nicht zeitnah kommen weil das wird wieder in den vorlauf gehen wenn sich ein paar leute wundern vielleicht wird es auch ja oktober november werden da ich ja ein paar videos immer im vorlauf haben muss so nach dem ganzen kommt jetzt mein intro und nach dem intro sind wir sehen wir uns wieder da zeige ich euch wie ich meinen videos heute einstelle ich auf der marke ok dann bis gleich so da bin ich wieder jetzt schalten wir den video 21 ich laufe noch mit der alten betriebssoftware 0.71 ich werde jetzt weil ich das ja für euch mache ohne kopfhörer laufen ich habe jetzt mein ackerprogramm das ackerprogramm habe ich mir generiert mit dem bergprogramm general und jetzt kommt so fangen wir mit dem disc an bis habe ich hier auf dem acker auf 5.0 stehen dann einen dreiton den dreiton habe ich in tonhöhen unterteilt bis 5 habe ich die tonhöhe 100 ab 5 bis 5 muss ich jetzt selber gucken weil jetzt so nicht mehr 470 und den dritten ton ab 50 bis 99 den werden wir jetzt hoch setzen weil ich finde ohne kopfhörer muss ein bisschen lauter und satter sein auf 862 die frequenzweiche ist hier auf 3 jetzt gleich nach dem boden ab gleich werde ich sehen ob sie dann auch dort geblieben ist dann die reaktionszeit auf 2 und die eisen lautstark auf 1 für die die auch noch nicht meine videos gesehen haben deswegen dass ich eisen noch im ton mit bekomme wenn es neben buntmetall liegt dann habe ich einen mischton ansonsten könnte es passieren dass man dann das kleine buntmetallteil übermaskiert so ich werde jetzt anfangen zu suchen und euch beim ersten signal mit dazu holen ok dann sehen wir uns gleich beim ersten signal so hier haben wir das erste signal und vorab sage ich euch schon ich werde nur noch die guten kunde im video belassen alles andere schneide ich raus weil es sonst zu lang wird so hier haben wir das erste kleine signal oder es könnte ja eisen sein heute bin ich auch mal wieder mit meinem fiskrassspaten unterwegs weil damit schneller geht so ist jetzt draußen so und jeder auch glaube schon das wird eine schrotpatronen kappe sein also hinten dazu ein tötchen ok wie gesagt ich werde jetzt nur noch die guten pfunde euch dann zeigen also bis zu einem guten pfund dann ja da bin ich mal wieder hier habe ich ein 61er signal an allen seiten sehr klar wird auch nicht allzu tief sein in dem haufen da oben würde es mit drin sein da habe ich sehe jetzt schon ok das ist ein volli und der könnte noch recht da könnte noch was drauf sein also ja ich denke schon jetzt wird vertraut sein ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten foto wieder bis gleich hier bin ich wieder mit 52 53 leitwertsignal klein ich bin schon die ganze zeit hier am laufen ja bei jedem von sache jetzt kommt es wirklich nur scheiße bis jetzt ausgegraben aber ich hoffe das ändert sich bald also ganz klein ja das ist echt schwer auf dem grad ja gegrubberten acker zu gehen da kann ich euch sagen beste zeit ist wenn es abgerechnet ist also wirklich schon fast winter mäßig nach wo haben wir dann dann wieder so klein mal gucken aber ich kann ja ich habe ja ich weiß was er ist auch ich weiß und das ist nicht so ein alltäglicher fund so ich lasse euch jetzt eine sekunde zeit ihr könnt überlegen ich kann schon erkennen ok für die es nicht wissen das ist eine herkules keule das ist ein römisches amulett und ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig mit spucke dran und ich glaube das ist ja verziert oben die öse ist zwar weggebrochen weil die ziemlich dünn ist ja aber es hat verzierung also viele hätten jetzt gedacht dass wir jetzt ein klöppel vom vom kleinen glöckchen aber nein das ist eine sogenannte herkules keule ein römisches amulett ok darüber freue ich mich jetzt sehr weil so ein fund ist schon seltener münzen hier die kommen und gehen aber so hat es schon wirklich sein ok dann sehen wir uns gleich beim weg da bin ich wieder mit einem neuen signal das ist ein 53er hier hoch auf 54 ist sehr stabil wird auch nicht sehr tief sein ja dem aufmerksamen ja wie gesagt dem aufmerksamen sucher wird aufgefallen sein dass ich den acker gewechselt habe ja auf dem anderen kam extrem viel müll der boden der war noch nicht gut für die steht hier also ein bisschen besser und das schauen wir mal ok ich brauche nicht weiter zu suchen ich sehe es wird wieder ein kleiner volle sein ich weiß nicht ob ihr jetzt schon sehen könnt er wird auch relativ gut noch von der prägung her sein vom erhalt an sich im ganzen ja der rand ist schon ziemlich ausgebrochen war da ziemlich dünnes ok dann sehen wir uns gleich wieder bei einem neuen pfund das ist brüllend warm aber ja hier ein weiteres signal von 67 stabil wie ihr hört es ja ja wir haben bestimmt gut 33 35 grad in dem und die steht mit dabei ja ach wo haben wir denn ja ja ich sehe jetzt schon ja wieder machen wir erstmal aus wieder ein volli scheint mir auch noch relativ gut zu sein ja sind eben halt nur freundlich bis später dann da bin ich wieder doch ich bin nochmal auslaufen ja hier habe ich ein 74er schönes signal könnt ihr ja selber hören und ich denke gar mal auch nicht dass die wegen dem gebrochen hier im aushub sein ja alles klar wieder ein volli aber ich glaube wer ist mal ach ja der pieper jetzt noch im sack der scheint mir mal richtig gut zu sein ich werde jetzt nicht dran rumflitschen also der scheint mir schon was besser zu sein als die anderen ok ok vielleicht könnt ihr schon sowas sehen dass er nicht schlecht ist ok wir sehen uns beim nickelpund wieder bis nachher so 10 meter weiter ein 1,5 der ring nach und ich denke mir das wird der nächste ist das warm leute könnt ihr euch nicht vorstellen ich bin immer am jammern wenn es zu warm ist ich mag ja lieber ein bisschen kühler der nächste volli oder was von dem volli übergeblieben ist so dann bis gleich so da bin ich wieder ein 57er signal ich hoffe ihr könnt ihr auch sehen da nicht davon ja ob der noch was wird eine zweite frage aber wieder eine römische münze ok dann bis gleich ja leider war ich vorheilig habe die gipfelkamera beherzen anzumachen ja der nächste volli und ja der scheint auch noch relativ gut zu sein ja ja ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten fund und ich hoffe dass ich mich im zauben halten kann vor die kamera anzumachen ok bis dann da bin ich wieder ein 60er signal auch nicht tief weil es ziemlich laut ist und dann liegt das schon oben auf ich sehe da hin noch und volli der lag wohl die ganze zeit oben auf weil der ist ziemlich verkrustet ok alles klar bis zum nächsten so nächstes signal 75 auch ziemlich staut von allen seiten vermutlich auch nicht sehr tief so draußen ist er hier oben bei ok hier bei ja und wieder ein volli ja ihr werdet die fund hinter ihr reinigt zum schluss alle sehen ok bis zum nächsten so hier habe ich ein signal ein 73 hier ein 73 hier 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 mit mit platte ja hier 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 mit dem mit dem ring mit dem ring 15 kein sonnenbrand mehr aber heute sag ich mir mal bin sie ja roth geworden ja nicht desto trotz sind ein paar schöne funden zusammen gekommen heute zwei die wirklich aus dem rahmen x wieder fallen der rest ist ja ich sag jetzt mal noch mal für mich für andere vielleicht nicht aber für mich sind das normale funde ja aber ich zeige euch erst mal die schrottfunde dazu drehe ich jetzt erst mal die kamera ja hier seht ihr die schrottfunde das ist einiges wieder zusammen gekommen und ich habe ja zu anfang schon gesagt habe ich nehme nichts mehr also verteilt was soll ich euch hier ich sag mal die schrottfunde zeigen wie sie kommen oder wie sie direkt ihre sind natürlich auch ein paar münzen machen jetzt wird der eine wieder wer schmeißt die münzen weg ja ich weiß auch die scheiß verkackten münzen weg oder die halte ich fest für nächstes jahr für die rallye aber sonst hier wie ihr seht größte teile verbleiben hier bleipatronen stücke ja und sonst noch so eine lumpe ja jetzt habe ich wie gesagt und heute waren gute funde gemacht und die zeige ich euch heute auch hier liegen sie gerade ein bisschen mal nass gemacht hat sie nicht ausrocknen insgesamt voll davon sind ein paar wirklich gut oder werden gut und was natürlich heraus sticht ist hier die herkulesgeule und der massive silberne römische ring aber ich könnte mich echt ärgern immer noch ärgern also der ist hier in der mitte durchgefahren worden oder hier so an der ecke wohl weggefahren worden vom flug also hier fehlt die komplette untere rundung und hier kann man sehen hier ist ja der knick wo das abgeknickt ist der ist hier also der ist fast gleichmäßig abgeschnitten worden die platte oben ich muss mal unter der lupe gucken ob da überhaupt mal was drauf war oder ob das eine blanke platte war aber ein massiver römischer silberring ja insgesamt wie viel voll ist 2 4 6 8 10 11 voll ist die zweite halbe 13 teile mensch das passt ja noch zu mir die 13 ja 13 gute objekte heute ja wo man sagt sind gute objekte früher waren sie besser heute sind ja zum schluss wie immer ein dankeschön an jochen reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de ja und wenn ihr mal fragen haben solltet zum deus 1 deus 2 könnt ihr mich gerne kontaktieren mein händler des vertrauens wie gesagt ist der jochen er ist general importeur für xp ich bekomme ja ab und an mal die frage wo soll ich meine geräte kaufen also wie gesagt ich kann euch den jochen an die tasse legen der hat auch einen guten service das heißt der thomas der beim jochen arbeitet der übernimmt die komplette ja ich sag mal reparatur garantie abwicklung und so weiter und so fort er ist sehr beruflich auch wenn ihr ihn anruft ihr habt mal ein problem mit eurem gerät wenn das beim jochen gekauft hat er hilft immer weiter die jochen ist auch mit der garantie abwicklung sehr fix also ich kenne kaum ein händler der so schnell ja ich sag mal seine sachen abarbeitet wie jochen beim versand heute bestellt morgen da also teils heute vor elf uhr bestellt ob das auf jeden fall schon morgen mit gls zu hause ja ich hoffe euch gefällt das video ich werde jetzt mal gucken wie gesagt sind ja 13 punde datei ist ich muss mal gucken wie lange die abspielzeit des videos ist merke ich wieder an diesem video dass die leute nur einen gewissen teil gucken dann weiß ich nicht ob ich noch mal so viele punde in einem video posten werde ihr könnt es gerne in die kommentare schneiden wenn ihr ungeschnitten also teils ungeschnitten bearbeitete videos weil sonst würde ich auch so um fund reichen tag zwei oder sogar drei videos machen weil ich sehe andere leute posten mal zwei oder drei punde die sie am ganzen tag finden da werden die videos komplett geschaut ich bring manchmal fünf sechs sieben und hab dann eine abspielzeit von vier minuten wenn das video 30 minuten hat also das tue ich mir nicht mehr an also seid mir nicht böse also dafür ist mir meine zeit und das sage ich euch ja ehrlich zu schade für ich mache es ja für euch nicht für mich also mir sagt das video ist für euch nicht für mich ich weiß ja was ich finde dafür muss ich mir kein video machen ja wie gesagt ihr könnt es gerne in die kommentare schreiben ich werde jetzt nach oben unter die dusche gehen und den j jute mann sein lassen weil mir also scheiße warm und ich ärgere mich immer noch und ich weiß nicht ob ich mir den wieder parat machen aber dann wird es dazu ein video geben separat das video wie ich das ganze macht das muss man noch mal durch den kopf gehen lassen ich muss mir mal das selber angucken ich muss mal vom stefan thiele schön groß an die stefan wenn du mein video auch bis zum ende guckt ihm werde ich das geben dann weiß ich wie viel prozent silber drin ist ich werde ihn jetzt gleich mal wiegen um wie viel ran der hat war ja also er ist nicht leicht ich muss aber wissen wie er beschaffen ist wenn ich ihn dann erhitze weil ich muss erst mal erst im knick erhitzen wo er komplett abgeknickt ist dann muss ich mir ja ich sag mal den durchmesser berechnen ausrechnen wie groß der durchmesser sind dann muss ich mir überlegen mit was ich das ergänze weil wenn ich da jetzt neue silber reinsetze wie das scheiße aus dann sieht man das ganze ich kann zwar nach patinieren aber man sieht man kann es mit blei machen dann ist er natürlich ziemlich weich dann ist er nur was zum angucken ja ich muss ich muss mir da gewisse gedanken darüber machen vielleicht der robert martin der ist ja auch ziemlich fit was restaurieren ist vielleicht sieht er auch mein video und kann mir eventuell dann dazu einen tipp geben ansonsten habt euch wohl das video wird schon wieder zu lange steht gerade da oben am counter ist schon 7,5 minuten lang der abspann also bis demnächst bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020